Liebe Freude, wenn ihr wissen wollt, warum ihr Prinzessin Origami hinter mir steht... Ja, hallo und herzlich willkommen zum Sammlerplatz. Diese Dame heißt natürlich nicht Leia Origami, sondern Leia... Orgada, genau! Ich als Star Wars fan weiß das natürlich. Und ja, sie spielt hier in diesem Film mit, und zwar Hollywood Cop. Darum wird es heute gehen. Polizei-Action-Komödie aus den 80er Jahren mit einer illustren Besetzung. Nämlich Carrie Fisher, Robin Wright, die Robin Wright Penn, auch früher genannt, auch sehr groß. Ronnie Cox, Robocop. Inszeniert wurde der Film von Penelope Spheres. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und die später mit Wayne's World noch einen Welterfolg hatte. Das Ganze ist dann Hollywood Vice Squad geworden, wie der Titel im Original heißt. Auf Deutsch da ein Hollywood Cop. Sehr generischer Titel, aber okay. Worum geht es? Es geht um irgendeine Spezialtruppe, die, angeführt von Captain Cox hier, irgendeinen Prostitutionsring ausheben muss und irgendwie episodenmäßig verschiedene Tatorte abklappert und irgendwelche Typen verhört. Und es ist kein Episodenfilm, aber es fühlt sich so an, irgendwie Carrie Fisher taucht am Anfang auf, dann nimmt sie irgendeine Pornobande hoch und am Ende spielt sie gar keine Rolle mehr. Dann gibt es irgendeinen Polizisten, der sich als Zuhälter ausgibt, der sich irgendwie in irgendeine Organisation reinschleichen will. Dann gibt es noch irgendwie so zwei Komplett-Panne-Köppe, die in einen Schwarzen aushören, der irgendwelche Glücksspiele betreibt. Und am Ende fließen alle Szenarien zusammen und der Oberpimp wird zur Rede gestellt. Also ich habe keine Ahnung, was es in dem Film eigentlich geht. Aber das ist auch scheißegal, denn man guckt den Film wegen der Synchro. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich diesen Film mir vorstelle. Die Synchro ist der absolute Wahnsinn. Typisch Rainer Brandt-Manier. Ich weiß nicht, ob es Rainer Brandt gemacht hat, wahrscheinlich nicht. Aber es fühlt sich so an, die Sprüche, ich kann sie nicht wiedergeben, weil es ist rassistisch, sexistisch und für die heutige Zeit eigentlich so nicht mehr unbedingt vorzeigbar. Wie gesagt, der Film selber ist im Original, glaube ich, eine relativ nette Action-Komödie. Die Regisseurin hat eigentlich ja viel dieser Slapsic-Quatsch-Filme gemacht. Wayne's World war ein Riesenerfolg, aber die haben auch sowas gemacht wie Black Sheep mit Chris Farley und so. Also eigentlich ziemliche Schrott-Filme so vom Humor her. Und der hier tut, glaube ich, im Original niemandem so richtig weh. Aber durch die deutsche Synchro ist das Ganze ein absolutes Highlight. Die Quali der DVD ist relativ beschissen. Es gibt auch eigentlich keine bessere Auflage. Der Film auf Blu-ray oder so gibt's nicht. Wahrscheinlich, weil es da auch keine Käufer für gibt oder keine Fans drumherum, die sich den Film jetzt unbedingt auf Blu-ray wünschen. Es geht einfach allein um die Synchronen im Spaß dabei. Die Sprüche, ich hab mich teilweise weggeschrien. Würde sie ja gerne sagen, aber wahrscheinlich band uns an YouTube. Besser nicht. Hollywood Cop. Nicht zu verwechseln mit dem, ich glaub, Harrison Ford und... Bin mir jetzt nicht sicher, aber da gibt's auch einer um die 2000er rum, der auch Hollywood Cop heißt. Also da nicht verwechseln. Guckt einfach, wo Carrie Fisher mitspielt. Frisch genesen nach ihrer Drogenkur. Direkt ein Highlight in ihrer Filmografie. Das kann sich doch sehen lassen. Im Hintergrund wird gelacht, ich weiß nicht wieso. Hollywood Cop. Guckt euch den Film an. Eine Perle. Eine Perle. So, hier nochmal die Details von Hollywood Cop. Eine Edition, die man unbedingt nochmal näher präsentieren sollte. Robin Wright sieht auf jeden Fall genau so aus, wie in dem Film. Da ist nichts nachbearbeitet worden. Herrlich. Rückseite. Ein riesiger EN-Code. So, wie der Fan das haben möchte. Herrlich. Was für ein tolles Ding. Juhu. Abonniert. Abonniert. Aber. Antwerken. Abonniert. Amips. Am ô.